dann hier ist ja er kann wieder liebe machen die zwei mal los und weiß es wieder dann mache ich hier aber jetzt mal braun ja und ich habe auch wieder eine idee und zwar teile ich die wieder so nach also was jetzt wieder teile ich die so also in so farben ein aber ich brauche echt man schwarzes wie macht man noch mal schwarze farbe weiß dass jemand naja egal auf jeden fall mache ich hier dann so runter mein gott mein gott nein 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 tschuldigung beinahe ich gemäßt ok lass mich durch geköpft ok die wohin geht die sonne jetzt nach unten ja hätte ich auch vorher wissen können aber ich meine jetzt egal ok dann machen wir das weg das hin das sind ok dann wollte ich ja hier hoch machen und das mache ich jetzt jetzt muss weg ok also die müssen noch mal weg da vorne das kommt dahin treppen war treppen wollte ich machen genau fasziniert faszinierend wie schnell man sachen vergisst oder habe ich noch treppen nee nee habe ich nicht ok das reicht aber auch schon so ja das reicht das 2 4 6 ja zwei sind dann noch übrig falsch fail so so oh nee bleiben gar keine mehr übrig cool ach so nein das wollte ich ja anders machen weil ich finde das anders herum schöner also ich meine wenn man dann so das weg so und dann kommt man hier auf diese etage genau genau ok ja da ist noch eins nein man so ok dann steinbrei treppen wieso wollte ich bretter sagen und perfekt und dann die bretter einsetzen also jetzt komme ich da nicht mehr raus ich will auf jeden fall dass ich wenn ich hier so ein schalter betätige also hier kommt dann so ein schalter hin also in die wand hier moment kann ich ja gerade mal ziehen hier so kommt dann ungefähr hier so ein schalter hin betätige stehen und das dann hier aufgemacht wird ja und eventuell sogar noch so dass hier dann die weggezogen werden und von oben oder von der seite nochmal blöcke kommen die den die den weg dann hier versperren und ich gehe jetzt lieber mal schlafen und essen sollte mal was das ist ja noch open 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 gut na ich kann sogar beim schlafen gucken wie gut ein brot machen ein brödel ein pflaster stein habe ich also ziegel das stein und ziegel da ist vielleicht sehr gut okay dann hole ich mir auch noch das leben hier ansprung geschafft und dann muss ich auch mal jetzt machen okay das war okay er immer noch nicht dahinten noch okay jetzt aber dann schmeiße ich das gerade und dann zeige ich euch das wie ich das sein und hier mache ich so ein geheimnis labor das finde ich schön okay die türen kann ich auch mal wieder anbringen so verdammt falsch rum man die hören sich manchmal echt guck mich an naja okay so und so genau ich bin ich bin mir das schwarze schädchen du ja ja und das kann man nicht mehr trächt werden gut dann zeige ich euch das gerade und dann sollten wir echt mal jetzt mein altes haus in die sachen holen also wie gesagt dann das hier da geht es dann von oben oder von der seite noch so dass das zu ist und so ja und da ich ja auch vorbaue habe ich auch schon eine lösung dafür okay hier muss äh 3 hoch 1 2 3 sooo klar so okay 1 tiefer und da auch wieder 1 die war okay in das spiegelisch hier hinten 1 2 und so 2 wie mache ich das hier ja ich muss ja sowieso 1 noch mal höher wie gehen ähm 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 dem dach okay sieht doch schon mal gut aus dazu und falls ihr mal auch noch so ideen habt was ich auch noch bauen kann also ist nicht so dass ich keine idee oder so habe aber hier könnt ihr das auch mal in die kommentare schreiben also was ich bauen soll also ist nicht so dass ich jetzt keine idee oder so habe aber ihr könnt ja auch mal was reinschreiben das soll euch ja auch gefallen ne das weg und das so und fünf weitere also drei hatte ich ja schon drin also insgesamt zwei weitere fünf fünf ja okay das wird schön groß ja es wird groß und da ist ein zombie das nicht brennt und hallo das ist auch nicht im schatten hä äh äh hä da ist auch überhaupt kein schatten naja naja was soll ist gut dann packe ich aber nur das nötigste ein und dann gehe ich da jetzt mal rüber genau weil das ist ja viel ich muss sowieso zweimal rüber gehen also packe ich alles so nicht das nicht ähm das tue ich da rein da noch rein okay das 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 ja alles hier okay obwohl eigentlich ähm äh also ich ich nehme nicht alles mit weil es ja noch ein haus immerhin noch mein haus und das will ich nicht komplett da ich kann das ja eh nicht aufgeben wegen ähm da ist ja wie gesagt meine farben drin also schleim farben soll ich dafür nochmal ein messer schwert mitnehmen ja ja ich habe eh die rüstungen und die würde ich ja dann verlieren also sowieso rüstung holen und dann nochmal fackeln fackeln habe ich aber nicht mehr also mache ich mir fackeln fackeln ähm habe ich wirklich keine fackeln mehr okay dann ähm mache ich mir grad mal falls habe ich auch nicht ja dann halt nur eine fackeln so so okay und dann auf nach hause erstaunlich was so passieren kann wenn man nur eine ex 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 expedition was habe ich denn als das gibt es nicht das wächst ja auch schon schön ja sehr gut und springen 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 sprinte einfach einfach sprinten was macht hier ein schaf du gehörst hier nicht hin hier kann ich mal schön sagen dann muss doch noch mehr als drei rauskommen oh man blöde kuh ja hast davon wenn du mich so erschreckst okay ähm ja kühl könnte ich auch mal mitnehmen aber jetzt nicht auch kühl hier ist mir echt zu viel dschungel das muss ich auch mal alles mal weg machen und ich muss hier außen rum gehen und ich muss hier außen rum gehen